Meine Damen und Herren, auf dem Programm geht's der Kampf um die WBO-Weltmeisterschaft im Super-Mittelgewicht, angesetzt auf zwölf Runden. Ich rufe zu uns in den Ring den Herausforderer aus Ungarn, Karoli Balcai. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aus Ungarn, der Herausforderer Karoli Balcai. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte den WBO-Weltmeister im Super-Mittelgewicht aus Russland, Denis Inken. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Ahnen ist, wer Schmerzen kennt, vom Feuer, das in Lust verbrennt. Aus Russland, der Weltmeister Denis Inken. Ich möchte Ihnen die Kontinenten vorstellen, in der blauen Ecke, er ist 29 Jahre alt, sein offizielles Kampfgewicht 75,8 Kilogramm, er ist 1,83 Meter groß. Sein Kampfrekord, 19 Kämpfe, 19 Siege, davon 14 durch K.O. In seiner Ecke, Artur Gorjan, Christoph Busch, Unruys und sein Trainer Fritz Dunek. Aus Ungarn, Karoli Balcai. In der Roten Ecke, er ist 31 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen ebenfalls 75,8 Kilogramm auf die Waage, bei einer Größe von 1,82 Meter. Sein Kampfrekord, 34 Kämpfe, 34 Siege, davon 24 durch K.O. In seiner Ecke, Volker Grill, Vardan, Zakarian und sein Trainer, Mohamed Shaburov. Aus Russland, der Weltmeister Denis Inken. Ringrichter des Kampfes, Jose Riviera aus Puerto Rico. Die Punktrichter, Manfred Küchler, Deutschland. Roberto Ramirez, Puerto Rico. Eugenia Williams, USA. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen, die Nationalhymne. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hohen, Hohen! Nicht mehr, schau! Verlegate! Du bist jetzt! Beine, du bist! Stattet! Stattet! Soh, 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 soh! Soh, 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 soh! Soh, soh! Schneid, soh, soh! Soh, soh, soh! Undrust werden! Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Du hast es gut geblockt, schnell die Antwort geben, aber von unten, mit deiner linken Hand von unten hochkommen, das schaffst du nicht, da erwischst du den Haar nicht, das wirst du sehen. So, dann gut außen stehen, dann zeigst du deine Linke. So, dann geht's. 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 So, dann geht's.